Yo Leute, was geht? Ich bin's Rebeki, ich bin wieder da mit einem neuen Video für euch und heute ist der große Tag. Heute ist Halloween, das heißt, wir müssen nur noch die allerletzte Mission vom Game Master schaffen und dann ist es vorbei. Für immer und er ist weg. Also wir müssen das schaffen, irgendwie. Ich weiß nur noch nicht wie, aber keine Ahnung. Wir schaffen das, ich bin mir sicher. Auch wenn es, glaube ich, echt schwer wird. Auf jeden Fall habe ich jetzt nicht mehr so viel Zeit. Ich muss ja um 18 Uhr an einer Station sein, die das Puzzle ergeben hat und ich habe ja vermutet, dass es sich um King's Cross handelt, denn da stand ja ein KC oder KG. Ich war mir nicht ganz so sicher, aber das Einzige, was ich gefunden habe, war King's Cross. Falls ihr euch das letzte Video gesehen habt, schaut es euch unbedingt an. Wir haben einfach mal über 5000 Kommentare und ich habe euch ja auch gefragt, was meint ihr? Ist der Game Master böse oder gut? Ganz viele von euch meinten gut. Auf jeden Fall meinte jemand hier, KG könnte Cancel Green sein oder King George. KG wäre auch noch Q Gardens. Oder ja, KC, die einzige Option wäre King's Cross. Fand ich richtig gut von der Person, dass sie das runtergeschrieben hat, alles. Also, Dankeschön an dieser Stelle dafür. Ja, ganz viele meinten auch so, KC, wieder King's Cross, KG, Q Gardens. Dann sagte noch Michelle021-MS, King's Cross passt, glaube ich, eher. So, so viele von euch haben King's Cross hingeschrieben und ich denke, wir werden als erstes dort mal hinfahren. Ich habe ja nicht so viele Möglichkeiten. Ich muss um 18 Uhr irgendwie an der richtigen Station sein und das ist die nähere an mir dran. Also, da kann ich direkt durchfahren. Also, ich hoffe, das ist die richtige. Bei der anderen, die wären ein bisschen weiter weg. Also, ja, ich probiere es auf gut Glück. Und ihr habt auch hingeschrieben, King's Cross wegen Harry Potter oder so. Ich finde, das klingt auf jeden Fall realistischer. Es passt irgendwie dementsprechend auch zu Halloween. Ich weiß nicht, wo ich genau suchen soll nach diesem Pumpkin-Face. Keine Ahnung. Erstmal vielleicht in der U-Bahn-Station drin und dann draußen vielleicht. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall Dankeschön an alle Tausende von euch, die mir jetzt bislang immer geholfen haben. Ohne euch, ja, wäre ich längst nicht so weit gekommen. Und wir hätten nicht die ganzen Challenges geschafft. Und, ja, ich denke mal, das schaffen wir jetzt auch gemeinsam. Und auf Q Gardens wäre ich zum Beispiel gar nicht gekommen. Gar nicht. Das habe ich überhaupt nicht gesehen. Das ist so krass. Also, ich will gar nicht wissen, wie viel Mühe und Zeit ihr reingesteckt habt, um das rauszusuchen für mich. Also, ihr seid so krass. Sprengt auf jeden Fall den Daumen nach oben, wenn ihr der Meinung seid, dass ich das schaffe, ja. Also, drückt mir den Daumen quasi, ja. Drückt mir den Daumen, Leute. Macht mal alle jetzt einen Daumen nach oben. Dann schaffen wir es bestimmt. Wir gehen jetzt los. Let's go. Ich muss mich jetzt beeilen, die U-Bahn zu bekommen. Ich hoffe, wir finden dann Pumpkin Face. Ich glaube, heute wird das echt schwer, weil so viele verkleidet sein werden. Und ich weiß ja nicht, wie viele eine Kürbismaske tragen. Nachher gibt es ganz viele, die dort als Pumpkin irgendwie verkleidet sind. Ich bin jetzt bei King's Cross und, ja, keine Ahnung. Ich versuche jetzt irgendwie zur Halle zu kommen, da wo die meisten Leute sich aufhalten. Und dann schauen wir mal, ob wir irgendwie jemanden mit der Kürbismaske sehen. Irgendwie muss ich zur Haupthalle kommen. Ich glaube, das geht da lang. Okay. Okay, ich weiß nicht. Irgendwie sehe ich hier niemanden mit Kürbismaske. Hier ist auch keiner verkleidet. Das habe ich mir jetzt irgendwie anders vorgestellt. Ich dachte, hier ist mehr los. Aber hier ist auf jeden Fall niemand. Mal gucken, ob ich irgendjemanden am Anfang finde hier. Eine Eingangshalle. Aber ich glaube auch nicht, weil du brauchst auf jeden Fall hier eine Karte, die ich sehen kann. Und hier ist hier. Oder kommt man hier. Doch, da hinten ist ein Eingang. Okay, gehen wir da mal rein. Schauen wir hier. Ansonsten habe ich gerade erfahren, es gibt irgendwie so ein Skelett-Tanz. Also so eine Halloween-Parade. Eigentlich heißt es Skeleton Dance. Und es gibt hier so einen Ort, wo ganz viele Kürbisse sind. Und ansonsten vielleicht dort. Weil wo findet man sonst ein Pumpkin-Face? Natürlich dort, wo Kürbisse sind. Also vielleicht macht das mehr Sinn, als hier zu suchen. Hier meinte ich, Leute, seht ihr? Man kann nur zu den Gleisen mit einer Fahrkarte. Also ich bezweifle, dass er da ist. Ansonsten, ja hier. Aber hier ist keiner irgendwie verkleidet. Niemand. Also ich werde hier mal einmal hoch und runter laufen. Und wenn er hier nicht ist, werde ich draußen mein Glück versuchen. Denn, wie ich erfahren habe, ist die Show irgendwie schon um 18.30 Uhr. Vielleicht ist er da. Keine Ahnung. Der Game Master meinte aber eigentlich 18 Uhr. Aber ich sehe hier niemanden, der verkleidet ist. Ehrlich. Vor allem nicht jemanden mit einer Kürbismaske. Das wäre auch ein bisschen seltsam, oder? Gleis 9,75. Harry Potter Laden. Hier ist er nicht. Okay. Also hier bin ich definitiv falsch. Okay, hier gehen anscheinend ganz viele Leute hin. Vielleicht bin ich jetzt richtig. Auf jeden Fall muss ich jetzt die Straße hier runter. Dann bei so einer Unterführung hindurch. Und dann bin ich angeblich da. Boah Leute, das ist so viel los. Das ist nicht mehr normal. Aber ich habe schon ein paar mit Kostüm gesehen. Also ich glaube, da sind wir auf jeden Fall wichtig. Irgendwie muss ich jetzt hier links abbiegen. Dann gleich nochmal rechts. Und dann bin ich angeblich da. Keine Ahnung, ob das stimmt. Ich weiß es nicht. Aber irgendwas höre ich gerade. Irgendwie höre ich schon jemanden mit dem Mikro sprechen. Also langsam habe ich das Gefühl, das passt alles zusammen. Ich werde jetzt mal schauen, ob ich hier irgendjemanden finde, der wie Pumpkinface aussieht. Ich glaube, das wird echt schwer. Voll viele sind schwarz gekleidet. Es könnte einfach auch mal sein, dass der Game Master hier dazwischen ist. Aber ich weiß nicht. Okay, das ist hier nur eine Frau. Hier vorne in orange. Wo ist er? Wo zum Teufel ist er? Er ist hier bestimmt. Ich bin mir sicher. Oh mein Gott, was ist das denn? Das ist so ein krankes Kostüm. Ey, der könnte echt überall sein. Oh mein Gott, ich habe einen Baum gesehen. Leute, ich habe ernsthaft einen Baum gesehen. Wer geht denn als Baum? Ist hier irgendwo der Pumpkinface? Ist so laut hier. Warte, da hinten. Oh mein Gott, ich glaube, ich habe ihn gesehen. Ich glaube, ich habe ihn gesehen. Seht ihr ihn? Da mit der orangenen Jacke. Oh mein Gott. Leute, da ist er. Da ist er. Das ist das Pumpkinface. Ich muss irgendwie an seine Tasche ran. Oh. Er hat nichts bemerkt, aber ich habe seine SD-Karte. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Meint ihr, der Game Master ist hier auch? Zum Glück war es laut genug, dass er gar nicht mitbekommen hat, dass ich an seinen Sachen rumgekramt habe. Ich hatte gerade echt Schiss und ich wusste nicht, dass es so schnell gehen wird. Ehrlich jetzt. Ich hätte gedacht, ich muss länger in seinen Sachen rumwühlen. Aber nein, es war einfach an der Seite von seinem Rucksack. Da war einfach irgendwie beim Papier oder so diese SD-Karte. Ich dachte, das wäre vielleicht in seinem Rucksack drin. Aber, weil ich gemerkt habe, dass es so extrem ruckelte, habe ich da nicht weiter gesucht. Da dachte ich mir, okay, irgendwas ist an der Seite. Ich habe dieses Papier gesehen, habe geguckt und zufällig dann die SD-Karte gefunden. Ich hoffe nicht, dass er noch irgendwelche anderen SD-Karten in seinem Rucksack hatte und ich jetzt die richtige erwischt habe. Aber ich frage mich, auf wen er gewartet hat und warum hatte er eine Game Master Maske hinten im Rucksack? Da waren mehrere, glaube ich. Da waren einfach diese weißen Masken drin. Wahrscheinlich wieder für Projekt Sorbo mit mir. Meint ihr, er hat sich dort getroffen mit denen? Naja. Ich werde jetzt gleich dem Game Master Bescheid sagen, dass ich seine SD-Karte habe. Mal schauen, was passieren wird. Ich werde ihn ja wahrscheinlich dann treffen und ihm das übergeben müssen. Ich bin jetzt wieder zurück im Apartment. Ich habe gerade, als ich auf dem Weg hierher war, dem Game Master, ein Bild geschickt von der SD-Karte und ihn gefragt, was wir jetzt machen sollen. Und er hat mir gerade eben geschrieben. Also das heißt, wir müssen jetzt ihn treffen. Er hat mir eine Karte geschickt. Es ist schon wieder richtig komisch gemalt, aber ich glaube, es ist nicht allzu weit weg von dem Apartment hier, oder? Und er meinte dazu, nehm auf jeden Fall die SD-Karte mit. Die darfst du auf gar keinen Fall vergessen oder verlieren. Mal gucken, ob ich ihn finde. Aber diesmal scheint es wirklich weniger kompliziert zu sein, als letztes Mal mit diesen Telefonzellen da. Karte habe ich auf dem Handy. Irgendwo muss er hier sein. Also es scheint so, als müsste ich hier die Straße runter und dann die zweite links. Weil hier ist auch noch eine Straße. Ich bin mal gespannt, ob da der Game Master steht. Ich glaube, ich sollte gleich mal die Straßenseite wechseln. Moment. Ich packe schon mal mein Handy weg. Ich habe die SD-Karte in der Hand. Ich habe Angst irgendwie. Doch, da ist der Game Master. Da ist der Game Master. Er hat die leuchtende Maske auf. Ich habe deine SD-Karte. Oh mein Gott. Was macht der? Schaut sich die SD-Karte an. Im Licht? Das war die SD-Karte in seinem Rucksack. Das war die einzige, die ich gefunden habe. Ist das richtig? Ist die Mission jetzt geschafft? Ja. Hä? Wohin geht er? Wohin rennt er? Hä, Leute? Wohin geht er? Wo ist er hin? Hä? Wollte ich ihn gerade da irgendwie abbiegen sehen? Er ist doch hier gerade abgebogen. Wo ist er hin? Da der Game Master jetzt weg ist und er genickt hat und er hat mir zum Schluss die Hand gegeben. Scheint es wohl jetzt endgültig vorbei zu sein. Also Dankeschön auf jeden Fall an alle, die mir immer mit den Hinweisen geholfen haben. Alle aus Team Becky. Ihr seid so gut gewesen. Und ohne euch hätte ich das niemals geschafft. Ja, ich würde sagen, Mission geschafft, Leute. Wir haben die Mission geschafft.